Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Alpcast, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Heute im Podcast in der Episode Nummer 7, da möchten wir, wie ihr im Titel sicher schon gelesen habt, über Extrembergsteigen und Influencer sprechen. Diese beiden Themen, die kommen natürlich separat betrachten, man könnte aber auch einen gewissen Zusammenhang erkennen und vielleicht sprechen wir auch ein bisschen über diesen Zusammenhang. Zuallererst möchte ich mal über die Frage sprechen, wie Extremsport oder Extrembergsteigen überhaupt funktioniert, was das denn überhaupt ist, damit wir hier alle gemeinsam auf einem gemeinsamen Nenner sind und wir alle über das gleiche sprechen. Extrembergsteigen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem gewissen Selbstläufer entwickelt. Wir machen kurz einen Ausflug zurück in die extremen Zeiten des Bergsteigens, die mit Extrembergsteigen. Wahrscheinlich, wenn man es mit der heutigen Perspektive vergleichen möchte, relativ wenig zu tun haben. Da würde mir als allererstes mal die Erstbesteigung des Mount Everest einfallen von Edmund Hillary. Das war eine Form des Extrembergsteigens, denn es war eine neue Art des Bergsteigens. Es war unglaublich hoch, es war unglaublich gefährlich und es war vor allen Dingen das Unbekannte, das die Menschen daran so gefesselt hat. Und dieses Unbekannte, das hat sich durch die letzten 60, 70 Jahre gezogen wie ein roter Faden. In den letzten 20 Jahren ist das Unbekannte aber tendenziell immer weniger geworden. Das merkt man auch daran, dass es kaum noch Erstbesteigungen gibt. Hin und wieder gibt es natürlich Ausnahmen. Vor allen Dingen gibt es mittlerweile Erstbesteigungen über diverse Routen und diverse Wege oder Wände. Ich denke da an Alexander Huber mit dem Latok 2. Aber das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder über 20 Jahre her. Aber David Lama zum Beispiel hat hier am Lunagri eine gewisse Leistung erbracht mit einer Erstbesteigung. Insofern kann man sagen, dass es da definitiv noch hin und wieder gewisse Ereignisse gibt, die einer Erstbesteigung nahe kommen würden. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es nicht diesem Ereignis entspricht, was vor 60 Jahren irgendwo stattfand. Also es ist nicht diese Form von Neuland. Es ist nicht diese Form von der absoluten Unbekannten. Und das war tatsächlich den Leuten vor 60 Jahren, vielleicht auch vor 50 Jahren natürlich, vorbehalten. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Extremsport oder Extrembergsteigen kein geschützter Begriff ist. Also der kann vollkommen frei definiert werden, was als Extremsport betrachtet werden kann. Ob man dann eine gewisse Zustimmung für seinen eigenen Extremsport findet, Das hängt natürlich davon ab, wie extrem eine gewisse Sportart oder ein Hobby in der Allgemeinheit betrachtet wird. Also ich kann auch sagen, dass ich als Schachspieler Extremsport betreibe. Es wird wahrscheinlich nur nicht so viele Leute geben, die einem das dann so abnehmen werden. Doch Extrembergsteigen, das hat sich bis heute relativ gut als Extremsport gehalten. Beziehungsweise es hat sich als Extremsport etabliert. Aber man muss auch sagen, dass sich das Ganze immer weiter hochschaukelt und immer weiter auf eine neue Spitze bringt. Denn Extrembergsteigen lebt und stirbt damit, dass neue Dinge erreicht werden. Und nachdem die Welt endlich ist und nachdem auch die Berge vor allen Dingen endlich sind, ist das Neue erreichen und diese neuen Meilensteine setzen in den letzten Jahren natürlich immer schwieriger geworden. Wenn man sich jetzt überlegt, wie es konkret funktioniert, dann ist das relativ einfach zu erklären. Extrembergsteigen besteht daraus, dass man eine außergewöhnliche Leistung erbringt, diese dementsprechend dokumentiert und dann an einen Sponsor oder ein Medium verkauft. Durch das Verkaufen von Rechten, Lizenzen oder ähnlichem verdient der Extremsportler Geld und mit diesen finanziert er sich wieder weitere Vorhaben. Das kennt man so aus der Vergangenheit. So haben das im Prinzip die meisten Extrembergsteiger in den letzten 20, 30 Jahren gemacht. Egal ob beim Klettern, beim Bergsteigen oder wie auch immer. Das Interessante daran ist, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Es kam nämlich eine neue Firma auf den Markt, vor einigen Jahrzehnten eigentlich schon. Aber in den letzten 10 Jahren haben sie sich vor allen Dingen erst damit einen Namen gemacht, dass sie auch Sponsor geworden sind. Ich glaube, ihr wisst alle, von welcher Firma ich rede. Von Red Bull. Und Red Bull hat sich gedacht, die Extrembergsteiger, die könnte man ebenfalls sponsern. Und so ist es mittlerweile, dass viele Athleten, unter Anführungszeichen, wenn man das als Athleten bezeichnen möchte, bei Red Bull unter Vertrag stehen. Und Red Bull wurde in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert, dass sie einen sehr subtilen Druck auf die Athleten ausüben, dass sie immer wieder neue Projekte umsetzen sollten und immer wieder irgendwas Neues, irgendwas Spannendes auf den Weg bringen sollen, das Red Bull dann dementsprechend vermarkten kann. Na gut, ich würde da sagen, naja, Red Bull zahlt diesen Personen ja auch relativ viel Geld und zahlt ihnen auch die ganze Organisation und Abwicklung in Wirklichkeit, unter Anführungszeichen. Der Athlet nur, wie gesagt, unter Anführungszeichen, für die Umsetzung und für den Plan und die Idee per se zuständig ist. Der Rest wird dann ohnehin von Red Bull übernommen, was ein großer Vorteil gegenüber bergsteigerischen Expeditionen der 70er und 80er Jahre ist, dass man da so eine professionelle Logistik im Hintergrund hat und das als einzelne Person und nicht als Expedition. Das heißt, da hat sich viel verändert. Aber Extrembergsteigen lebt jetzt natürlich nicht nur von Red Bull, sondern lebt auch davon, dass man in der Öffentlichkeit sich irgendwie selbst präsentieren muss. Wir leben heute in einer Zeit, in der es eine gewisse Geltungssucht auch gibt. Also es reicht nicht mehr einfach, seine Dinge irgendwo in einer Zeitung zu inserieren und zu sagen, ich war da oder dort, sondern man muss sich natürlich öffentlichkeitswirksam veröffentlichen und präsentieren. Und das macht man am besten über das Internet heute. Und das hat sich natürlich im Vergleich zu den 70er Jahren ganz stark verändert, weil da gab es kein Internet. Wie das heute abläuft, kann man relativ gut in sozialen Medien beobachten. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an die Besteigung des K2s. Da wurden Videos gemacht, die dann veröffentlicht wurden auf Facebook. Da wurden jeden Tag Bilder gepostet, Statusupdates gemacht und so weiter. Das ist eine unglaubliche Veränderung im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren. Warum? Grundsätzlich war es immer so, dass in den 80ern die Expeditionen durchgeführt wurden, aber die Personen keinerlei Möglichkeit hatten, vor Ort tatsächlich Statusmeldungen an die Welt zu verteilen. Es gab hin und wieder dann Nachrichten, wo sind gerade gewisse Expeditionen, auf welchem Camp oder so, wenn es um Erstbesteigungen ging. Aber grundsätzlich war es das. Also man hat vielleicht bruchteilhaft mitbekommen, was dort passiert und im Zweifelsfall hat man dann eben eine Todesmeldung oder eine Erfolgsmeldung ganz zum Schluss bekommen. Bei alpinistischeren Ansätzen, bei alpinistischen Expeditionen, da war das teilweise sogar noch extremer. Da erfuhr man sowieso erst, wenn die Personen wieder zurück waren, ob sie überlebt haben. Und insofern war die Dokumentation schwierig. Und das hat sich gegenüber heute natürlich ganz stark verändert oder hat sich heute gegenüber damals sehr stark verändert. Wir müssen uns überlegen, dass wir heute wirklich live streamen können, wie wir auf einen Berg steigen. Es gibt Live-Streams vom Mount Everest, es gibt Live-Telefonate vom Mount Everest, es gibt Videos vom Mount Everest, alles vom Gipfel und das eben auch von anderen Bergen. Insofern, da hat sich natürlich unglaublich viel getan. Es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, nicht mitzubekommen, was auf diesen Bergen passiert. Das bedeutet, die Veröffentlichung, die findet im Internet statt und ganz genau findet sie auf Instagram, auf Facebook statt. Also überall, wo wirklich, wirklich viel Reichweite erreicht werden kann. Denn damit verdienen diese Leute ihr Geld. Und jetzt möchte ich kurz für alle, die da vielleicht keinen guten Einblick haben, erklären, wie diese Leute eigentlich ganz konkret Geld verdienen. Die Sache heute ist, dass man sich immer mehr um Sponsoren bemühen muss. Denn schließlich gibt es immer mehr Leute mit verrückten Ideen, aber es gibt nicht viel mehr Leute, die auch bereit sind, diese Dinge dann tatsächlich in der Tat umzusetzen. weder gedanklich noch in ihren technischen Fähigkeiten. Aber wenn man einen Sponsor gefunden hat, dann macht man sich meistens mit dem einen Vertrag aus. Der Sponsor bezahlt dann eine gewisse Summe, entweder als fixen Betrag und sagt, okay, du musst damit auskommen oder ist mir dann egal, wir haben einen Deal, du kriegst so viel Geld, wie wir ausgemacht haben und dann musst du schauen, wo du damit bleibst. Oder sie machen es so, dass sie quasi nicht pauschal einen Betrag auszahlen, sondern eben für die Organisation und die Logistik, die notwendig ist, aufkommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, eine Firma X sponsert mich, in die im Karakorum einen 6.000er, einen unbekannten 6.000er zu besteigen. Dann sage ich denen, was meine Logistik kostet. Ich reiche alle Kosten bei denen ein per Rechnung und die übernehmen das dann für mich. Insofern ist das für mich toll, denn ich kann mich voll und ganz auf die Expedition und auf die Vorbereitung und auf das Training konzentrieren und muss mich nicht auch noch um die Buchhaltung, um die Finanzen oder sonstiges kümmern. Das macht dann der Sponsor. Im Gegenzug dazu, was kriegt der Sponsor? Das kostet ja relativ viel Geld. Naja, als erstes ist es normalerweise so, dass bei Werksteigern dann meistens überall die Werbung vom Sponsor aufgeklebt wird. Also das ist dann am Helm, an der Jacke und so weiter. Da werden dann die Logos der Firma X angebracht und damit wird natürlich eine gewisse Werbung schon mal in den Alpinisten rein integriert, mehr oder weniger. Und wenn die Expedition vorbei ist, egal ob erfolgreich oder erfolglos und auch mittlerweile während der Expedition, verpflichtet sich der Alpinist immer wieder öffentlichkeitswirksam zu werden. Der Alpinist interessiert sich wahrscheinlich gar nicht so sehr dafür, dass er jeden Tag auf Facebook oder Instagram postet, aber es steht nun mal in seinem Sponsoring-Vertrag. Und nicht nur der Sponsoring-Vertrag gibt vor, dass er jetzt öffentlichkeitswirksam aktiv sein muss, sondern natürlich will er auch selbst im Gespräch bleiben. Denn das ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Aufmerksamkeit und im Gespräch bleiben. Wer nicht im Gespräch bleibt und wer nicht auf der öffentlichen Bühne stattfindet, der findet gar nicht mehr statt. Und insofern haben dann natürlich die Alpinisten des 21. Jahrhunderts irgendwo auch Sorge darum. Denn die Leute, die wirklich wenig in den sozialen Medien machen, an den berühmten Alpinisten, die haben es auch immer schwerer, sich gegenüber der Masse, die tatsächlich sehr aktiv ist, durchzusetzen. Also zum Beispiel ein Steve House ist ein unglaublich begabter und berühmter Höhenbergsteiger, der auch noch gar nicht so alt ist. Der ist in den sozialen Medien nicht so unglaublich aktiv und der verweigert das auch ein bisschen. Der schreibt dann halt lieber Bücher oder Essays und so weiter und ist aber damit deutlich unbekannter als zum Beispiel oder die nepalesischen Bergsteiger, die jetzt am K2 waren oder auch die 14.8000er jetzt da in Rekordzeit bestiegen haben. Denn die haben sich sehr, sehr gut veröffentlicht, obwohl Steve House teilweise Leistungen erbracht hat, die sehr ebenwürdig sind. Nicht viel dramatischer, aber ebenwürdig. Die Tatsache, dass die Aufmerksamkeit die Währung ist, stimmt in zweierlei Hinsicht. Einerseits natürlich, weil Aufmerksamkeit auch bedeutet, dass man von anderen Firmen schneller gefunden, erkannt, entdeckt wird und dementsprechend dann weitere Sponsoring-Verträge sich anbahnen können. Auf der anderen Seite ist aber die Währung auch insofern relevant, als dass der Sponsor, der mir meine Expedition und just in diesem Augenblick finanziert, erwartet, dass ich mich präsentiere mit den gesponserten Produkten oder mit den Logos auf meiner Jacke oder Sonstiges. Und das ist natürlich insofern relevant, als dass die Sponsoren eine gewisse Aktivität erwarten und die muss ich erfüllen. Da kann ich es mir nicht aussuchen. Vertrag ist Vertrag, wie man so schön sagt. Und jetzt machen die ihre Werbung für ihren Sponsor und die sind ganz glücklich, weil sie das alles bezahlt bekommen haben. Der Sponsor ist glücklich, weil es ist vergleichsweise eine unglaublich günstige Werbung. Und da möchte ich auch kurz nochmal einhaken, weil viele Leute dann immer sagen, wie kann sich das denn rechnen? Ich meine, so eine Expedition, die kostet ja in der gesamten Logistik, der Ausrüstung und der Organisation 20, 30, 40.000 Euro, beim Mount Everest sogar noch viel, viel mehr, weil die Permitkosten nochmal so viel höher sind. Wie gibt es das denn bitte? Das ist relativ einfach erklärt. Eine Firma muss für groß angelegtes Marketing unfassbar viel Geld bezahlen. Also Kampagnen in sozialen Medien kosten heute die Welt. Und das darf man nicht vernachlässigen, diesen Kostenfaktor. Und den kann man sich aber komplett ersparen, indem man einfach einen Stellvertreter quasi hinschickt in die sozialen Medien, der einen repräsentiert. Und das sind natürlich dann entsprechend Influencer. Jetzt muss man sagen, dass natürlich dadurch die ganzen Alpinisten auch zu Influencern werden. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber sie werden es nun mal. Denn sie werden vielleicht nicht dafür bezahlt, dass sie jetzt eine Firma erwähnen, auch, aber das ist jetzt ein anderes Thema, sondern sie werden dafür bezahlt, dass sie für eine Firma Werbung als Gegenleistung für ein Sponsoring machen. Und der Alpinist fühlt sich da insofern weniger als Influencer, weil er ja quasi kein Geld direkt dafür bekommt. Also er verdient sein Geld nicht mit Werbung, sondern er setzt seine Projekte mit Werbung um. Aber mehr oder weniger ist das im Endeffekt nichts anderes als Geld dafür bekommen. Nur über Umwege. Was hat das Ganze denn jetzt mit Influencern konkret zu tun? Naja, in der Vergangenheit, da gab es jetzt immer wieder die Fälle von Nachahmern. Also Extrembergsteigen, Nachahmen ist sehr, sehr schwierig. Dazu komme ich gleich nochmal im Detail. Aber auf jeden Fall das Extrembergsteigen in einem sehr kleinen, reduzierten Maß zu kopieren. Und diese Kopie davon, die versucht man nun eben auch in den sozialen Medien zu vermarkten. Und wie kam das zustande? Das ist ganz spannend. Die Extrembergsteiger haben sich natürlich über ihre eindrücklichen Bilder, über ihre Dokumentationen, über ihre Videos und Livestreams und so weiter eine riesige Reichweite geschaffen. Das ist ja auch unglaublich faszinierend, was da teilweise im Himalaya oder in den Anden oder sonst wo umgesetzt wird. Und Influencer, also die klassischen Influencer, die jetzt einfach nur mit ihrer lang und hart aufgebauten oder erkauften Reichweite versuchen, Werbepartner zu finden, um damit sozusagen einfach ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die haben das natürlich auch mitbekommen, dass das ganz gut geht und haben sich gedacht, man könnte Influencing ja mit Bergsteigen verbinden. Also dieses Extreme mit dem Influencing. Dass das nicht funktioniert, darauf sind sie relativ schnell gekommen, denn Extrembergsteigen, das ist halt schwierig und das ist ungemütlich und das ist sehr gefährlich und das ist eben nichts für jeden Menschen, sondern da fehlt viel Ausbildung, da fehlt viel Erfahrung und so weiter. Ist nichts für klassische Stadt-Influencer. Das konnten diese Leute aber nicht so wirklich auf sich sitzen lassen, denn auch Influencer haben Manager manchmal und die haben natürlich über Marketingagenturen gewittert. Outdoor, das wird ein Thema, denn diese Alpinisten, die jetzt diese eindrücklichen Bilder aus Asien mitbringen, die werden Spuren hinterlassen bei den Leuten und die Leute wollen eine Art des Abbilds dieser Landschaft dort haben und das finden sie hier in den Alpen zumindest teilweise. Und genau deswegen wird das super spannend und super interessant. Darauf baut ja auch die ganze Infrastruktur rund um den Tourismus auf, aber das haben wir ja schon mal besprochen. Aber jetzt ganz, ganz, ganz gezielt bezogen auf die Influencer bedeutet das, dass sie gesagt haben, okay, dann werden wir eben keine Extrembergsteiger, weil das können wir nicht, sondern wir werden einfach Wanderer. Aber wir wandern in Regionen, wo es wirklich extrem aussieht. Und wir werden Bergsteiger, aber wir werden jetzt keine anspruchsvollen Bergsteiger, sondern wir werden, ja, so durchschnittliche Bergsteiger, aber wir inszenieren das extrem. Und Inszenierung, das ist das, was heute ein großes Problem in den sozialen Medien darstellt. Wir leisten nichts mehr, wir inszenieren eine Leistung. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Problem in der Zukunft wird, weil wir eigentlich Menschen mehr oder weniger vertrauen oder Menschen nacheifern und Menschen folgen, die nur von Inszenierung leben. Es sind Schauspieler im Prinzip. Wo das dann problematisch wird, ist, wenn eine gewisse Überschneidung der Wahrnehmung stattfindet. Das heißt, wir haben die Extrembergsteiger auf der einen Seite, die unglaublich beeindruckende Projekte umsetzen, und diese dokumentieren und veröffentlichen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Inszenierer, die Darsteller, die sich aber sehr ähneln. Also teilweise ist es zum Verwechseln ähnlich, wenn man sich die Bilder anschaut. Denn wer vielleicht irgendwo vor einer dramatischen Südwand oder Nordwand posiert, und das vielleicht auch noch relativ gut in Szene setzt, der wird wahrscheinlich genauso viel Aufmerksamkeit bekommen, wie jemand, der gerade im Basislager vom, weiß ich nicht, Nanga Parbat K2 ein relativ schlechtes Foto von sich macht und das versucht, bei mäßiger Qualität hochzuladen. Das wird ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Der Unterschied ist nur, dass das eine echt ist und das andere inszeniert. Die Dramatik dahinter bleibt aber die gleiche. Was bedeutet das jetzt für den Betrachter? Naja, der Betrachter, der kann nicht mehr vernünftig unterscheiden zwischen Inszenierung und Wirklichkeit. Und denkt sich, naja, die Person, der ich da schon seit Ewigkeiten folge, die macht jetzt Bergsport, die ist jetzt in den Bergen aktiv und die macht, unter Anführungszeichen, genauso extreme und beeindruckende Sachen wie die extremen Alpinisten. Und wenn diese Verschiebung der Wahrnehmung stattfindet, dann kann es in der Tat gefährlich werden. Denn wenn die eine Person inszeniert, dass sie eine bergsteigerische Leistung erbracht hat, dann könnte der Betrachter auf die Idee kommen, dass die Projekte einer anderen Person als Ziel, als erstrebenswert gelten sollten. Der Hintergrund dahinter ist aber unbekannt und bleibt meistens auch unbekannt. Es findet relativ wenig Aufklärung statt, was die Strapazen in einer Expedition, gerade wenn es um alpinistische Stile geht, betrifft. Denn da gibt es auch eine gewisse egoistische und auch sehr selbstsüchtige Haltung, was das betrifft. Denn man möchte ja, gerade wenn man erfolgreich von einer Expedition zurückkommt, als eine sehr starke Person verkauft werden und nicht als jemand, der da sehr gelitten hat. Es gab einige Alpinisten, die die Ausnahme gebildet haben und sehr wohl auch darauf eingegangen sind, wie schwierig das Ganze ist und wie schlecht es ihnen teilweise dort gegangen ist. Aber ich möchte da zum Beispiel an Ueli Steck erinnern, der tatsächlich sehr darauf geachtet hat, dass die Strapazen wenig gezeigt werden, dass man von den, seinen unendlich langen und anstrengenden und frustrierenden Trainingseinheiten möglichst wenig mitbekommt. Dass man seine Angst, die er durchaus hatte in vielen Momenten, nicht spüren kann. Und das bedeutet, wenn der Betrachter, der außenstehende Betrachter, der sich jetzt vielleicht für die Berge anfängt zu interessieren, plötzlich eine Vermischung dieser zwei Welten erlebt, dann kann das durchaus gefährlich werden. Denn es kann darin enden, dass man versucht, Dinge nachzuahmen, für die man gar nicht gemacht ist. Zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht ist. Ich sage nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln kann. Ich sage aber, dass man bei Schritt 1 anfangen sollte und nicht ganz oben. Und so, glaube ich, kann man sich auch ganz gut erklären, warum Anmeldungen für Everest-Expeditionen immer mehr werden und warum der Tourismus beim Höhenbergsteigen immer mehr wird. Denn viele Leute kommen über Umwege eben dorthin und über diesen Social-Media-Trichter dorthin, dass man ja auch mal so ausschauen will. Und ich weiß, das wird dann Leuten wie mir sehr oft vorgeworfen, dass ich das denen nicht gönne. Und um Gottes Willen, ich gönne es jedem Menschen, die schöne Aussicht im Nepal zu genießen. Um Gottes Willen, wirklich. Aber es geht doch darum, der Beweggrund dahinter, der ist doch spannend. Er ist nicht relevant, aber er ist doch sehr spannend. Wie kommen die Leute denn da überhaupt dazu, dass sie da hinwollen? Vor 50 Jahren gab es viel weniger Menschen, die unbedingt in Nepal einen Achttausender besteigen wollten. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir heute soziale Medien haben, die das sehr intensiv, polarisierend weiter verbreiten und in die Öffentlichkeit tragen, wie es dort aussieht. Nicht nur die Bergsteiger selbst, sondern natürlich auch die Agenturen, die daran viel Geld verdienen wollen. Keine Frage. Und es gibt aber auch noch eine andere Art von Influencer. Das ist jetzt ein etwas härterer Themensprung. Es gibt auch noch eine andere Art von Influencern, die sich auf Instagram und YouTube mittlerweile auch immer mehr etablieren. Und ich betrachte das mit einem sehr kritischen Auge. Leistungsorientierung ist heute in den Bergen mehr Thema denn je. Und das lässt sich daran erkennen, dass Leistung in den sozialen Medien auch immer mehr gewürdigt wird. Und das ist ganz normal. Also das ist im Sport allgemein ein vollkommen normales Phänomen. Ein Cristiano Ronaldo oder ein Lionel Messi, die werden einfach deutlich besser in den Medien dargestellt und bewertet, weil sie einfach die besseren Sportler sind im Vergleich zu irgendeinem unbekannten Fußballspieler in der 16. Regionalliga. Das ist ein vollkommen logisches Phänomen, aber im Bergsport ist es relativ neu. Denn leistungsorientiertes Bergsteigen, das gab es vielleicht in den 50ern und 60ern, in diesen militaristisch angelegten Expeditionen zur Erstbesteigung von Bergen. Aber das gab es so in den Alpen, in den 80ern eher weniger. Da ging es einfach um Bergsteigen, da ging es um Erholung, da ging es um einen günstigen Urlaub vielleicht auch für Inländer. Also da war Leistung auf den Bergen, das gab es zwar vereinzelt, aber das war jetzt nicht der Beweggrund für die Masse in die Berge zu gehen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ein Bubendorfer mit seinen Kletterideen und seinen Kletteransätzen teilweise auf viel Missfall, also auf Unverständnis gestoßen ist und teilweise auch auf extreme Kritik, weil man gesagt hat, was ist denn das für ein mediengeiler Arsch, der da jetzt auf einmal in den sozialen Medien herumschwirrt. Das ist ja lächerlich, der macht sich doch nur lächerlich. Und das fand ich wahnsinnig spannend, wie sich das jetzt verändert hat. Denn heute ist Leistung in den Bergen alles. Also wenn ich nicht meine Zeit tracke und dann veröffentliche, dann bin ich ja nichts wert. Also wenn ich nicht mindestens eine, oder wenn ich nicht höchstens eine Stunde auf die Zugspitze von Tal bis zum Gipfel rauf brauche, da bin ich ja gar nichts. Da bin ich ja einer von vielen. Und das ist aber in den sozialen Medien die größte Problematik, die man haben kann, dass man einer von vielen wird. Man muss ja aus der Masse hervorstechen. Es gibt ja mittlerweile in den sozialen Medien so viele Menschen, dass man sich irgendwie absetzen muss. Und gleichzeitig steigt diese Geltungssucht, dieser Drang nach dieser Bestätigung, die man sich in den sozialen Medien holt. Und ich glaube, das ist eine unfassbar gefährliche Mischung. Ich glaube auch, dass diese Mischung für viel mehr Probleme in den Alpen verantwortlich ist, als viele immer glauben. Viele tun das dann ab. Aber ich bin davon überzeugt, persönlich, und da kann jeder eine andere Meinung sein, dass soziale Medien und dieses Geltungsbewusstsein und diese Geltungssucht wahnsinnig dafür verantwortlich sind, was heute in den Alpen passiert. Gerade mit diesem Leistungsgedanken. Und der Leistungsgedanke, der wird dann teilweise auch wirklich gefährlich. Denn es ist wieder eine Art der Nachahmung vorherzusehen. Oder vor allem, man kann es ja auch an den Bildern und so ablesen. Also wer richtig schnell auf die Zugspitze kommt oder wer richtig schnell die Watzmann-Überschreitung läuft, dem wird nachgeeifert. Der soll nachgeahmt werden. Der kriegt aber auch die meiste Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist eine Endlosspirale und ein Teufelskreis, der wird sich immer weiter drehen. Bis irgendwann, eines Tages, bei einem Rekordversuch in der Watzmann-Überschreitung, vielleicht der erste Athlet abstürzen wird. Vielleicht ändert sich dann auch alles. Aber ich glaube es nicht, denn das ist dann eben der Kollateralschaden und das ist das, womit dann alle leben können plötzlich. Dass das aber eigentlich alles gar nicht notwendig gewesen wäre, dann hätte er sich eine Minute mehr Zeit genommen, die wir Menschen alle haben. Wir haben diese eine Minute mehr Zeit. Gerade in den Bergen. Wir sind keine Wettkämpfer. Also es gibt den Bergsport als Wettkampf ja mittlerweile auch, aber davon rede ich ja jetzt nicht. Ich rede jetzt nur von einem öffentlichkeitswirksamen Social-Media-Bergsteigen. Da muss es ein Umdenken geben irgendwann. Denn irgendwann werden die Leute daran sterben oder zumindest daran verunfallen. Und das hört ja nicht auf. Also es gab im Jahr 2020 erste Rekorde an der Watzmann-Überschreitung. Extrem beeindruckende Rekorde. Und ich habe damals in den sozialen Medien so viel darüber gelesen, dass die Leute das jetzt auch machen wollen und dass die Leute das jetzt auch trainieren und dass die Leute auch so schnell über Berge drüber laufen wollen. und ich dachte mir, oh weia, das hat ja einen Pull-Effekt. Den hätte ich mir ja nicht mal ausmalen können, obwohl ich es mir vorher schon gedacht habe, dass das passieren könnte. Das bedeutet, Leistungsorientierung, die wird definitiv nachgeahmt. Ihr könnt euch nicht als leistungsorientierte Bergsteiger in den sozialen Medien veröffentlichen und glauben, ihr profiliert euch einfach nur und ihr erfüllt euer Geltungsbedürfnis, ihr geht eurem Geltungsbedürfnis nach, sondern ihr habt eine Verantwortung gegenüber euren Anhängern und wer sagt, dass er das nicht hat, der ist einfach auch nur etwas feige oder sehr, sehr kurzsichtig. Wer glaubt, er hat keine Verantwortung gegenüber seiner Anhängerschaft. Das ist traurig. Das ist wahrhaft traurig. Und es gibt es auch die Tatsache, dass der Leistungsgedanke natürlich gepusht wird. Gepusht einerseits dadurch, dass die Leute sich immer weiter übertrumpfen möchten. Niemand möchte Zweiter sein. Das war in den 50er Jahren auch schon so. Da gab es nur wenige Ausnahmen. Ich erinnere da an die Erstbesteigung vom Mount Everest, als Tenzing Norgay und Admiral Hillary beschlossen haben, dass sie beide gemeinsam als Erste auf dem Gipfel waren, denn kein Mensch will bei einer großen Leistung Zweiter sein. Das heißt, dadurch wird auf jeden Fall der Leistungsgedanke gepusht. Und er wird auch dadurch gepusht, dass der Erste natürlich immer einen großen Wall an Aufmerksamkeit bekommt. Wenn ich heute auf den Großglockner gehe, nur als Beispiel, und ich mache das in acht Stunden, an einem Tag, in acht Stunden stehe ich dann am Gipfel, dann werde ich dafür in den sozialen Medien vielleicht ein wenig Aufmerksamkeit generieren können. Wenn ich das in drei Stunden mache, damit wäre ich dann quasi der Schnellste überhaupt, dann wäre ich wahrscheinlich relativ schnell sehr, sehr bekannt. Wenn dann jemand kommt, der das Ganze in zwei Stunden 59 macht, dann wird der wieder nochmal ein Eck bekannter und so weiter. So pusht sich das eben auch weiter. Und in den sozialen Medien wird das insofern nochmal gepusht, weil der Erste, wie gesagt, immer die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Was ist die Gefahr hinter den Leistungsgedanken? Die sollte man sich natürlich auch schon mal stellen. Wenn ich jetzt an eine andere Sportart denke, zum Beispiel das Marathonlaufen oder das Laufen per se, dann findet das in einem Wettkampfrahmen statt. Es gibt 42 Kilometer, es gibt 21 Kilometer, es gibt 10 Kilometer Läufe, es gibt Sprints und so weiter. Es gibt da verschiedene Disziplinen, die stecken relativ klar ab, was man können muss, um da mitzumachen und sich mit anderen messen zu können. Und da gibt es unfassbar erfolgreiche Sportler, also Leute, die knapp über zwei Stunden den Berlin Marathon laufen oder unter einer Stunde den Halbmarathon laufen können, also die 21 Kilometer Distanz. Und das ist natürlich interessant. Das ist natürlich spannend für die breite Masse zu sagen, boah, ich möchte auch so schnell laufen können. Aber die meisten Menschen wissen auch irgendwo, recht realistisch ist das nicht. Also, dass ich so schnell laufe, da muss ich schon wirklich, wirklich hart trainieren und wirklich viel trainieren. Aber ich möchte zumindest besser werden. Ich möchte erst mal auch mitlaufen können und dann möchte ich vielleicht auch wirklich schneller werden und vielleicht unter die schnellsten Tausend der Welt kommen. Sagen wir mal. Das ist ja ein großer Sport, das sind viele Leute. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, geht das in den Bergen eigentlich auch? Und ich kann da ganz klar und deutlich antworten, nein, das geht nicht. Das wird aber oftmals suggeriert, nicht nur von diesem Leistungsgedanken per se, der in anderen Sportarten mitschwingt, aber vor allem durch die Influencer, die eben dieses Bild vermitteln. Wir können uns messen. Ich habe so lange gebraucht. Wie lange brauchst du? Das funktioniert ja allein schon aus zweierlei Hinsicht nicht. Erstens, die Witterungsbedingungen sind immer anders oder die Bedingungen per se sind immer anders. Manchmal liegen viele lose Steine auf der Strecke, manchmal eben nicht. Das ist beim Laufen definitiv nicht so, denn der Wettkampf findet immer am gleichen Tag statt. dementsprechend laufen alle unter den gleichen Bedingungen. Aber eine Zeit auf einem Berg rauf kann man nicht mit einer Zeit auf den gleichen Berg ein Jahr oder einen Monat später vergleichen. Es funktioniert so gar nicht, aber es wird dieser Eindruck vermittelt, als könnte das funktionieren und das ist gefährlich. Und der zweite Punkt ist, dass beim Marathonlaufen ist das gefährlichste, was dir passieren kann, dass du dich überforderst in der Geschwindigkeit und nach 10 Kilometern klappst du einfach zusammen und sagst, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich war viel zu unvorbereitet. Ich kann dieses Tempo nicht über 42 Kilometer halten. Das ist das Worst Case Szenario. Okay, gut. Es gibt auch Leute, die beim Marathon einen Herzinfarkt kriegen und dann sterben. Aber ich sage jetzt mal, dass das nicht die Regel ist und dass da nicht der Leistungsgedanke daran schuld ist. Bei den Bergen ist das anders, denn die Berge, die haben kein Limit. 42 Kilometer, das ist, da ist nicht das Limit. Wie weit kann man denn eigentlich, wie viele Höhenmeter kann man an einem Tag schaffen? Ist das Matterhorn als Tagestour schon zu viel oder ist es der Elbrus als Tagestour? Man weiß es nicht. Der Akoncargua als Tagestour? Wo ist denn das Limit? Es gibt keine Grenzen. Wie schnell kann ich es denn noch schaffen oder wie gefährlich kann es denn noch werden? Und beim Laufen muss man ehrlicherweise sagen, ist die objektive Gefahr auch relativ gering. Ich kann nirgends abstürzen, ich kann nirgends einen Fehler machen, der mir das Leben kostet, also in dieser Veranstaltung per se und das ist beim Bergsteigen ganz anders. Und das Problem ist aber, dass viele Leute unter diesem Leistungsdruck, der meistens gar nicht wirklich von außerhalb konkret kommt, also direkt kommt, sondern meist indirekt, indem man in sozialen Medien die Leistungen verfolgt und sich denkt, ich muss das doch auch können. Also ich schaue da ganz klar auch so ein bisschen in die Richtung Trailrunner. Da ist es meiner Meinung nach schon gefährlich, denn wenn jemand auf den Großglockner in sechs, sieben Stunden rauf geht oder in drei Stunden rauf läuft, dann ist das eine Leistung, die nicht direkt nachgeahmt werden kann, aber es gibt doch einen gewissen Ansporn, dass das so passieren soll. Und viele Leute machen das dann oder viele Leute probieren das dann eben. Und da geht das halt dann oftmals auch tödlich aus. Und am Matterhorn zum Beispiel gibt es immer wieder tödliche Unfälle, im Sommer fast, fast im Wochentakt. Und da ist schon die Frage, wie viel ist da eigentlich Influencer? Wie viele Influencer stecken da eigentlich indirekt dahinter, die diesen Ansporn, diesen Anreiz verursacht haben, das so umzusetzen? Und da unterscheide ich, wie gesagt, nochmal zwischen den leistungsorientierten Influencern, die quasi ihre sportlichen Leistungen dort wiedergeben möchten und dadurch anspornen, dass man das möglichst schnell schaffen soll oder wie schnell schaffen sie es? Und das setzt man dann in Relation zu den eigenen Leistungen. Und dann gibt es dann noch die Influencer, die das machen und sich inszenieren und versuchen, ein Bild zu vermitteln, das es gar nicht gibt. Und abgesehen von all diesen bedenklichen Leistungen vieler einzelner, kleinerer, stehen noch die Alpinisten. Die wahren Alpinisten, die sich im Karakorum den Arsch abfrieren und alpinistische Leistungen umsetzen möchten und das nur deshalb können, weil ein Sponsor ihnen das Geld dafür gibt und im Gegenzug dazu Werbung in den Social Media Kanälen dafür haben will. Das ist aber ein Alpinist, der das nicht für das Geld macht. Das ist auch ein Alpinist, der das nicht für die soziale Medienreichweite macht. Das ist ein Alpinist, der das aufgrund seiner eigenen Überzeugung macht. Denn eines unterscheidet den Alpinisten im Karakorum vom Fashion-Blogger, der jetzt anfängt, am Matterhorn sich zu inszenieren, ganz deutlich, abgesehen von der alpinistischen Leistung. Der Alpinist zieht, bezieht seine komplette Kraft und seine komplette Energie aus den Bergen, nicht aus dem Geld, das er dafür bekommt, aber der Influencer, der bezieht seine Energie und seine Kraft aus dem Geld, dass er dafür bekommt, die Dinge zu tun. Das ist eine Umkehr von Ursache und Wirkung. Eine komplette Umkehr. Und vor allen Dingen ist das nicht gut kommuniziert. Und das müssen wir machen. Das müssen wir definitiv strikt und rigoros einführen, dass das sich ändern muss. Es muss gekennzeichnet sein, unter Anführungszeichen gekennzeichnet, ist mir schon klar, dass das so nicht funktioniert, aber es muss offensichtlich erkennbar sein, dass eine Handlung in den Alpen aufgrund von Mediengeilheit passiert und nicht aufgrund von Leidenschaft. Diese Ehrlichkeit müsste es in den sozialen Medien geben und ich weiß, dass es sie niemals geben wird, aber das ist eigentlich das Mindeste, dass man sich in den sozialen Medien die Leidenschaft miteinander teilt und nicht die Leistungsgeilheit. Egal, ob man dafür Geld bekommt oder nicht. Wir sind Alpinisten, wir sind keine Influencer. Das sollte klar werden. Bergheil